Was ist denn heute? Ja, du sitzt heute schon. Gut. Ich bin ganz ohr, erklären Sie es mir. Er warst völlig gleichgeltig. Kommt Ihnen das alles ein bisschen bekannt vor? Hm? Wir beenden das jetzt hier. Herr Doktor, ich dachte, Sie wollen mir helfen. Wir beenden das jetzt hier. Wir beenden das jetzt. Vielen Dank.